Du löst keine Probleme auf der Ebene, auf der sie entstanden sind. So ähnlich hat das Albert Einstein formuliert und ich kann dem nur zustimmen. Du kannst keine Probleme auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind, weil das meistens dann auch auf der Verstandesebene stattfindet. Stell dir doch mal vor, dass du morgens aufstehst und dich einfach nur total unwohl fühlst, weil du dich jetzt wieder an eine Beschäftigung, an eine Arbeit begeben musst, auf die du so überhaupt gar keinen Bock hast. Und du quälst dich förmlichst aus dem Bett und quälst dich quasi auch durch den Tag, weil das alles ein Mist ist, auf den du einfach schlichtweg keinen Bock hast. Ich selber, ich kenne das. Ich hatte das auch stellenweise, dass ich wirklich einem Job nachgegangen bin, einer Tätigkeit, die mich nicht erfüllt hat. Sie hat mir Spaß gemacht. Die Arbeit war toll. Ich habe auch wirklich eine gute Arbeit geleistet, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass sie mich nicht mit Sinn erfüllt. Und ich wollte halt unbedingt ein Leben leben, das meinem Herzen entspricht. Ich wollte etwas tun, wo ich das Gefühl habe, das macht Sinn und ich habe Spaß dabei. Und ich hüpfe morgens aus dem Bett und nicht, weil die Blase voll ist, sondern weil ich einfach Bock habe, jetzt was zu arbeiten, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und ich habe diese Probleme, die mich davon abgehalten habe, aber nicht irgendwie auf normale Weise lösen können. Also manche Menschen setzen sich hin und schreiben eine Pro- und Contra-Liste. Oder sie machen so ein klassisches Brainstorming. Also ganz, ganz viele Lösungen werden auf der Kopfebene, auf der Verstandesebene und auf der Symptomebene gelöst. Und die sind nicht nachhaltig. Und ich habe es in den letzten Jahren, also ich habe jahrelang als Management-Coach und Lean-Experte in einer der größten Banken Deutschlands gearbeitet. Und ich habe dort Methoden kennengelernt, wie man die Probleme auf eine andere Ebene bringt. Und vor Dingen auf die Ursachen-Ebene. Das heißt, ich habe Methoden für mich auch angewendet und auch mit Vertriebsteams, mit Managern, mit ganzen Gruppen in einzelnen Coachings und Gruppenworkshops und habe immer wieder Probleme auf eine andere Ebene gebracht und dann die Probleme nachhaltig von den Teilnehmern selbst lösen lassen, sodass auch die Lösung wirklich akzeptiert wird. Ich bin Geburtshelfer für Lösungen. Ich bin kein Klugscheißer in dem Sinn, sondern ich helfe den Menschen als Geburtshelfer für Lösungen, ihre Ressourcen in sich selbst zu entwickeln und zwar methodisch. Und wie das genau geht, wie du Probleme lösen kannst, methodisch, auf einer anderen Ebene, auf der Ursachen-Ebene, sodass sie nachhaltig auch wegbleiben und dass du dann auch das Leben leben kannst, was du dir wünschst oder was auch immer dein Wunsch ist, was sich momentan aber das Problem noch von abhält. Ich werde dir zeigen, wie das funktioniert. Ich zeige dir die Methode, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, für mich weiterentwickelt habe und immer wieder erfolgreich angewendet habe. Wenn du Bock hast, dann komm zu mir in die Live Masterclass. Ich habe hier genau zwei Termine. Das eine ist ein Vormittagstermin und das eine ist ein Abendtermin. Also guck einfach, wann es dir am besten passt, ob lieber vormittags oder lieber nachmittags und scroll einfach hier runter. Hier unten findest du die zwei Termine. Du findest zwei Kauf-Buttons, wo du dann auch für dich dann das Ticket buchen kannst. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in der Live Masterclass sehen. Wir werden dort in der Gruppe zusammen sein und wir werden dort an einem echten Praxisbeispiel. Aus der Gruppe werde ich euch genau zeigen, wie das funktioniert und wie dann auch die Lösungsideen entstehen und so, dass du das dann auch für dich im Nachgang anwenden kannst. Weitere Informationen findest du hier auch auf der Website. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir. Und jetzt scroll mal hier runter, guck mal, ob lieber der Vormittagstermin für dich der richtige ist oder der Nachmittagstermin oder Abendtermin. Und buch dir jetzt einfach hier dein Ticket. Ich freue mich, wenn wir uns dann bei der Live Masterclass sehen, denn du musst es nicht alleine machen. Gemeinsam sind wir viel schneller frei. Alles Liebe, dein Andreas Delmon, der Geburtshelfer für Lösungen. Und jetzt hier unten dein Ticket buchen. Bis dann. Tschüss.